Auf Schwester Ines warten schwierige Aufgaben. Finden Ephraim und Solomon einen Ausbildungsplatz? Gibt es für André Michel einen Job als Maler? Können Gebremedin und seine Frau zusammenziehen? Darf Frances mit Frau und neugeborener Tochter in Deutschland bleiben? Ich habe sehr, sehr viel Selbsterfahrung. Wir begleiten Schwester Ines und ihre Flüchtlinge mehrere Monate durch den Alltag.